Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Tipps und Tricks. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie im System einen kleinen Workflow abbilden können und darüber über Nachrichten informiert werden. Zum Beispiel lege ich einen Verkaufsauftrag an, einen neuen Verkaufsauftrag an, über den Button Neu, ziehe mir eine neue Nummer und wähle einen Debitoren aus, wie jetzt zum Beispiel den Debitoren Nava. Über die Debitoren suche, kann ich dann den entsprechenden Debitoren auswählen, mit OK bestätigen, auch die Bemerkungen bestätigen. Jetzt bekomme ich eine Hinweismeldung, nämlich die einer Kreditlimitprüfung. Immer dann, wenn jetzt eine Meldung hochkommt, möchte ich informiert werden oder ein bestimmter User möchte darüber informiert werden. Das bestätige ich jetzt hiermit an dieser Stelle durch Klick auf den Button Ja. Die Baustellenübersicht brauche ich an der Stelle nicht. Ich wähle auch keine Tour aus. Und auch die Erfassungsfolge bestätige ich an dieser Stelle einfach mal mit OK. Dann hüpfe ich in die Zeilen und erfasse mir eine Position, zum Beispiel von einem KG-Rohr. Ich gebe also KGB ein als Suchbegriff. Die Artikelsuche öffnet sich. Ich wähle meinen Artikel aus. Zum Beispiel hier das 15 Grad KG-Rohr. Bestätige das mit OK. Die Position wird in die Nummer 1, in die Zeile eingefügt. Ich gebe eine Menge ein, zum Beispiel die 1000 Stück. Und ich gebe das Ganze frei mit F9. Und auch das wiederum, nämlich das Ändern des Auftragsstatus, soll wiederum eine Information auslösen, eine Nachricht auslösen. Also auch diesen Belegabschluss bestätige ich mit dem Klick auf Button OK. Und ich habe natürlich erneut eine Kreditlimitprüfung. Dann schließe ich mal das Fenster. Gehe zurück in mein Rollencenter. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, mir diese Nachrichten anzeigen zu lassen. Entweder ich bekomme ein neues Ereignis eingestellt. Das heißt, ich klicke hier auf meine Ereignisse. Und sehe, aha, ich habe eine neue Kreditlimitüberschreitung. Und kann jetzt durch Klick auf eine Zeile, durch Markieren einer Zeile und hier oben im Menüband über Link aufrufen, direkt in den Vorgang springen, um das Ganze zu prüfen. Das ist die eine Möglichkeit. Ich schließe das Ganze nochmal. Oder aber, ich werde per Mail informiert. Das heißt, ich öffne meinen Outlook. Und habe dann einen Hinweis per Mail erhalten, dass sich zum Beispiel der Auftragsstatus geändert hat. Also wiederum ein Ereignis, das automatisch abgegriffen wird im Hintergrund und mir dann in einer Nachricht zur Verfügung gestellt wird. Und auch hier kann ich per Doppelklick die Mail öffnen natürlich, aber auch den Link öffnen und stehe dann ebenso in meinem konkreten Vorgang. Das heißt, dieses wäre wiederum mein Verkaufsauftrag. Das Ganze schließe ich dann nochmal. Wie ist das Ganze jetzt eingerichtet? Das Ganze nennt sich Ereignisabonnements. Ich kann also Ereignisabonnements anlegen. Zum Beispiel meine Kreditlimitüberschreitung. Das öffne ich mal. Und kann aus bestehenden Klassen, die schon fix hinterlegt sind, auswählen, welches Ereignis ich denn gesteuert und per Nachricht hinterlegt haben möchte. Also wie gesagt, hier zum Beispiel die Kreditlimitüberschreitung. Was soll passieren, wenn das Kreditlimit überschritten wird? Ich möchte eine Benachrichtigung erhalten per Log-Eintrag, also als Ereignis-Eintrag in meiner Tabelle. Wer soll sie erhalten? Das wäre hier die Benutzer-ID. Und ich kann das natürlich entsprechend einrichten. Ich kann hier unten im unteren Bereich auch noch Filter mitgeben, also dass diese Kreditlimitüberschreitung zum Beispiel nur für bestimmte Debitoren gelten soll oder für einen bestimmten Reisendencode oder einen bestimmten Verkäufercode. Das wäre die Einrichtung per Log-Eintrag. Dann gibt es eben wiederum die Ereignisse, die eine Mail auslösen, also zum Beispiel Auftragsstatusänderung. Gehe ich auch nochmal einmal drauf. Das heißt, hier wird eine Mail ausgelöst an entsprechend diese Adresse, wenn sich der Auftragsstatus ändert. Noch einen kleinen Unterschied, den man hat. Es gibt zum einen dauerhafte Ereignis-Abonnements, die ich wirklich dauerhaft einrichten kann, die immer laufen sollen. Oder es gibt natürlich auch einmalige, die zum Beispiel ad hoc ausgelöst werden, wenn ich über einen bestimmten Wareneingang informieren möchte. Dann wären das eben einmalige Ereignis-Abonnements. Und zur Einrichtung hilft Ihnen unser Consulting gerne weiter.